Einen Moment, ja, perfekt. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Heute zeige ich euch einen wunderschönen Stiftehalter, aber keine Sorge, da steckt natürlich Technik drin. Schließlich sind wir hier bei MiAppleCat. Das hier ist der Easy Egg Desk Organizer. Also hier kann man einmal seinen Schreibtisch aufräumen, indem man hier die verschiedenen Fächer mit Utensilien bestückt. Und man kann hier sein Handy, sein Smartphone kabellos aufladen, denn hier ist ein Wireless Charging Pad eingebaut. Das ist eine coole Sache und man erkennt es auch schnell von der Rückseite, denn dort hängt hinten ein Kabel raus und am Ende des Kabels haben wir, Überraschung, einen USB-Anschluss. Ja, und hier an der Seite, da steckt noch mehr Kabel drin. Ich hoffe, man kann es so sehen. Hier ist es. Da kann man also die Kabellänge dementsprechend anpassen. Wenn man weniger braucht, dann schiebt man hier das Kabel ein bisschen rein und dann ist das aus der Sicht raus und das Ganze sieht ordentlich und organisiert aus, so wie das Ganze natürlich sein soll. So, ihr seht, ich habe hier die braune Variante. Das Ding gibt es aber auch in schwarz, also wem braun nicht gefällt. Schwarz ist auch eine schöne Option und das ist echtes Leder. Ja, ja, das spürt man nicht nur. Ich habe sofort, immer wenn ich solche Leder oder Pseudo-Leder-Teile auspacke, rieche ich immer direkt mal dran und das hier riecht richtig angenehm nach Leder, so wie das sein soll. Kein chemischer Geruch, kein unangenehmer Geruch, riecht richtig gut. Außen ist es glänzend und innen drin haben wir dann, ja, wie nennt man das so, eine Stoffbeschichtung mit drin. Ja, wunderbar. Also, ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Ich schließe mal eben flott hier den Strom an. Übrigens haben wir einen Maximal-Output von 10 Watt hier über das Wireless Charging, das heißt Fast Wireless Charging wird hier unterstützt. Wir haben einen Output von 5 Watt, 7,5 Watt oder 10 Watt, je nachdem, was euer Gerät unterstützt. Alles, was hier den Skistandard unterstützt, könnt ihr hier drauflegen. Ich habe hier mein iPhone 10 in Hülle. Ich denke mal, das müsste auch durch Hülle funktionieren oder durch die Hülle, reden wir mal richtiges Deutsch. Hier seht ihr auch schon, dass hier die blaue LED angegangen ist, also da ist jetzt Strom drauf und das iPhone lädt ja mit maximal 7,5 Watt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also, ich stelle es einfach mal hier drauf und wir sollten sehen, jawohl, dass hier direkt angefangen wird aufzuladen. Ganz wunderbar und dann kann ich hier noch mein restliches Zeug hier schön rein verstauen und organisieren, damit eben der Schreibtisch nicht mehr so unordentlich aussieht. Und genau das ist es, was das Teil hier machen soll. Ist doch ein schönes Teil, also für jeden, der hier seinen Schreibtisch ein bisschen aufgeräumt haben möchte und gleichzeitig noch die Möglichkeit hat, dann hier sein Smartphone kabellos aufladen zu können. Ist das hier eine prima Sache. 2 in 1, schön ordentlich und man hat nur ein Kabelchen, das man irgendwo schick verstecken muss. Also, ich muss sagen, mir gefällt es. Ist eine schöne Option, wie man das Wireless Charging auch mal einbauen kann. Hatte ich so bisher noch nicht gesehen in der Form und dachte mir, hey, sieht cool aus. Das schauen wir uns mal an. So sieht es nochmal von der Seite aus. Hier das Kabelfach, da hinten, wo das Kabel rauskommt. Und hier lädt dann eben das Smartphone. Also, mir gefällt es. Vielleicht gefällt es euch ja auch. Keine Ahnung. Wenn ja, dann klickt doch mal in den Link hier unten in meiner Videobeschreibung. Dort habe ich das Teil für euch verlinkt zu Amazon. Könnt ihr mal reinschauen, euch anschauen oder auch mal zum Ausprobieren direkt bestellen. Ich finde es auf jeden Fall gut. Man sieht auch, das Lichtchen hat hier umgeschaltet von blau zu grün, wenn aufgeladen wird. Und ich habe hier gerade, was habe ich denn da? Ach Gott, hier alle drei Ringe geschlossen. Prima. Und das iPhone lädt. Ein wunderbarer Tag, Freunde. Also, ich bin glücklich. Schönes Produkt. Vielleicht gefällt es euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei MiAppleCat. Macht's gut. So, jetzt hier schön organisiert in die Ecke. Ja. 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 Ja.